Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute zeigen wir euch unsere Morgenroutine. Viel Spaß! Los geht's! Um 6.30 Uhr stehen Jens und ich auf. Ich gehe mich anziehen und die Kinder wecken. Und Jens macht unten Frühstück. Jetzt gehe ich die Kinder wecken. Ella, aufstehen! Schule ist gleich! Marlene, aufstehen! Kita ist gleich! Luna, aufstehen! Kita ist gleich! Kommt ihr bitte mit runter ins Bad. Ich gehe die Zillinge wecken. Ja, wir kommen, Mami! Guten Morgen, Holle und Lukas. Aufstehen, Kindergarten ist gleich. Kommt mit ins Bad. Ja, wir kommen! Holle, möchtest du heute das blaue T-Shirt mit der blauen Hose anziehen? Ja, Mami! Ich möchte mein Pilz-T-Shirt mit der blauen Hose anziehen! Okay, ihr beiden. Dann ziehen wir euch mal an. Fertig! Fertig! Top, ihr drei! Ihr seid schon fertig! Toll! Geht schon mal runter zu Papa, ihr fünf. Ich komme gleich mit Bob nach. Okay, machen wir, Mami! Jetzt muss ich nur schnell den Bob wecken und fertig machen. Dann komme ich runter. Guten Morgen, Kinder. Kommt, Holle und Lukas. Ich helfe euch in den Hohstuhl. Danke, Papa! Papa, Hunger! Papa, Hunger! Hier bin ich. Lasst uns frühstücken. Jetzt schmiere ich die Pausenbrote. Alle bekommen jeden Tag das gleiche aufs Brot. Luna, Frischkäse mit Gurken, Marlene, Bärloch auf Strich, Ella, Käse, Holle, Marmelade, Lukas, Salami und Jens nimmt sich jeden Tag ein Händchen mit auf die Arbeit. Ich gehe jetzt los zur Schule. Tschüss! Ich gehe jetzt los zur Arbeit. Tschüss! Bis heute Abend. Tschüss, Ella. Viel Spaß in der Schule und Tschüss, Schatz. Dir viel Spaß auf der Arbeit. Holle, Lukas, Luna, Marlene, kommt ihr. Wir müssen los zur Kita. Ja, Mami, wir kommen. Jetzt sind alle sechs Kinder und Jens aus dem Haus. Bob ist vormittags immer bei Oma Maike. Oma Maike spielt mit ihm und passt auf ihn auf. Jetzt mache ich, wie immer, den Haushalt. Jetzt koche ich das Mittagessen. Heute gibt es bei uns Spaghetti mit Spinat. Das Mittagessen ist fertig. Jetzt muss ich die vier aus der Kita und Bob bei Maike abholen. Wenn die vier aus dem Kindergarten wieder zu Hause sind, decken Luna und Marlene zusammen den Tisch. Wir essen dann zum Mittag, wenn Ella wieder aus der Schule zu Hause ist. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, Ella. Wie war die Schule? Das Essen steht auf dem Tisch. Wir könnten essen. Fröhlich sei das Mittagessen. Guten Appetit. Das war unsere Morgenroutine. Nächste Woche kommt unsere Abendroutine. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So läuft bei uns eine Morgenroutine ab. Wie werdet ihr morgens geweckt? Also, mein Vater macht mir jeden Morgen das Video Gaga von Queen an. Das hilft mir, wach zu werden. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.